Für günstige und sichere FIFA-Coins, checkt gerne meinen Sponsor IG-Follow-Up. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit jeder Bestellung mit dem Rabattcode FIFAGaming noch 8% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten. Die ist natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazugeben. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich da mit dem Traum unterstützt. Seid die Besten. Ey, wenn ich jetzt gleich keinen habe, dann dreh ich hier echt durch, Mann. Dann dreh ich hier echt durch! Team of the Season! Nummer 1 dieses Jahr! Leute, es ist soweit. Hier unten seht ihr das Community Team of the Season. Es geht endlich los, Leute. Und wir haben natürlich direkt Packs gezogen. Und es war ein Team of the Season am Stahl, Leute. Bleibt also dran, lasst ein Like da, Leute. Wenn ihr Bock habt, morgen Abend direkt um 18 Uhr auf das nächste Team of the Season-Pack-Obeling, Leute, dann lasst jetzt ein Like da. Wenn wir die 3.333 Likes fangen, werde ich euch morgen Abend um 18 Uhr direkt das nächste TOTS-Pack-Obeling raushauen. Und alle mal Hashtag TOTS-Hype in die Kommentare, wenn ihr genauso Bock drauf habt, wie ich, Leute. Ab sofort jeden Tag 14.00 Uhr mein Kanal auschecken. Solltet ihr kein Video mehr verpassen, wir starten das Video. Ab geht's! Leute, es ist 19 Uhr. Das Team of the Season ist draußen. Ich hab noch nicht mal gesehen, wie es aussieht. Hier sind die Packs, Alter. Wir öffnen einfach 50k-Packs. Ich hab mir das Team of the Season nicht mehr angeschaut, Leute. Scheiß drauf! Ab geht's! Was ist das denn? Für ein erstes Scheiß-Pack! Das kann nicht irgendein Ernst sein! EA, was ist das denn? Nicht mal ein 83er-Plus im ersten Pack. What the fuck, Alter? Jetzt mal ehrlich! Was ist das denn hier für eine Verarsche? Okay, erstes Pack war broke. Scheiß drauf. Also wie gesagt, ich hab das Team of the Season noch nicht mal angeguckt, aber ist mir auch scheißegal, weil wir müssen Packs ziehen. Und ich will hier ein Team of the Season haben. Zweites Pack! Come on, direkt Blue! Oh! Man of the Batch! Nice, Mann! Man of the Batch! Aber kein Team of the Season! Ukraine! Rechtes Mittelfeld! Malos! Leute, ey, ich sag's... Boah, 87 hat der! What? 87er-Rated Malos! Okay, nehmen wir mit, Leute! Also ihr wisst es, ab jetzt zum Team of the Season täglich um 14 und um 18 Uhr einschalten, Leute. Denn da kommen absolut kranke Videos auf euch zu. Lasst natürlich auch jetzt wie ein Like da, wenn euch das Team of the Season-Video gefällt. Und ihr direkt morgen Abend Bock habt auf das nächste Team of the Season-Pack-Oppling. What the fuck? Zweiter! Man of the Match! Diesmal Mexiko! Diesmal ist es Pizarro. 90 Tempo immerhin. Ey, zwei Man of the Match-Karten. Ey, warte mal. Ich... Boah, Cordro auch noch. Cordro. Ey, warte mal. Ich muss jetzt erstmal schauen. Also, ist das Team of the Season überhaupt schon draußen? Doch, da ist es, Leute. Team of the Season. Äh... Warum zeigen die keine an, Mann? Ich will's sehen, Mann. Weil, wer sind die Team of the Seasons? Ich hab keine Ahnung, Alter. Das ist komplett verpeilt, Alter. Ich hoffe einfach mal, die Packs sind jetzt überhaupt... Die Team of the Seasons sind überhaupt zu ziehen, ne? Ja doch, hier. Jetzt. Jetzt ist er auch aktualisiert. Jetzt habt ihr's gesehen. Jetzt sind noch die Team of the Season-Packs hier. Was war hier gerade los, Alter? Keine Ahnung. Ah, leider kein Team of the Season. Schade, Mann. Ist das Tschech? Könnte Walkout sein? Muss Walkout sein. Tschech ist Walkout. Aber, ihr wisst es, 86er Bug. Die kommen natürlich nicht raus. Egal, Mann. Also, es wird... Bislang lief's gut, Mann. Wir haben zwei Man-of-the-Match-Karten. Wir haben Tschech. Also, zwei Walkouts bislang. Geht klar. Die Packs, boah, gehen relativ schnell weg. Also, es geht eigentlich. Ey, wie gesagt, ich hab echt nicht mal das Team of the Season gesehen. Ich hoffe, ihr einfach Packs. Leute, ihr wisst es, falls ihr noch Bock habt zum Team of the Season, auf meine Nice-Hoodies gerne abchecken. Link ist, wie immer, oben in der Videobeschreibung. Ihr wisst es hier, im blauen Design passend zum Team of the Season. Gibt's natürlich auch noch in Rot und auch in vielen weiteren Farben. Wie immer natürlich auch gratis Auto-Ram-Karten zu. Jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken. Link, wie gesagt, oben in der Beschreibung. Und jetzt kommt Team of the Season auf Ansage, Leute. Und es wird Zeit, wenn wir ein Team of the Season ziehen, dann wird's wieder Zeit, hinten aufs Bett zu jumpen und das wieder komplett zu zerstören, Torwartz. Ach, Perrin. Was ist hier los, Mann, ey? Es fing gut an mit dem Man-of-the-Match-Karten, aber... Naja, seitdem kann mir jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr wirklich was Gutes. Aber okay. Okay, wie gesagt, ich muss mir gleich erstmal das Totz anschauen, aber ich hab's echt noch nicht gesehen, Mann. Naja, egal. Wir werden's mal sehen. Naja, wir werden gleich, wenn wir den Ersten haben... Mann, das gibt's doch nicht! Wo bleiben die Totz-Karten hier? Kann doch nicht so schwer sein. Deutschland! Inverteidiger-Boat-Tank. Ach, komm, mein Spoiler. Die Staffel hier hat's belated. Auch broke. Ach, schade, Leute. Bisschen lang, naja, noch kein Totz. Aber das kommt noch, Leute. Versprechend das. In diesem Pack-Oberling bleibt dran. Wird noch ein Team of the Season dabei sein. 2000... Pack's geht noch gar nicht weg, ey. Junge, das ist ja ganz kurios. Wieder nichts blaues. Ich muss jetzt eigentlich erstmal kurz nachschauen, ganz ehrlich. Wie das Team of the Season aussieht. Torwart neuer. Oh! No! Ter Stegen! Das gibt es nicht! 87er-Walkout! Ter Stegen! Ah, schade, Mann. Okay, Ter Stegen. Na, trotzdem gut, Mann, 87er. Aber ich muss jetzt ehrlich mal kurz schauen, wie das Team of the Season aussieht. Weil ich hab hier übrigens... Ich hab hier nicht das Team of the Season... Warte mal, wir schauen uns das jetzt mal kurz an hier. Und zwar... So, die muss das doch eigentlich... Da! Was sind das denn? Für Spieler! Komplett kurios! Ey! Der sei ja komplett scheiße aus. Nein, 15k, ich hab jetzt nicht auf, Mann. Ich muss mir gleich... Hier wird das komplette Team of the Season noch nicht angezeigt, glaube ich. Weil das immer so ein Bug ist. Das geht erst ein bisschen später mehr. Aber ihr habt's gesehen, Totskarten sind draußen auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Aber wir müssen noch keine gezogen. Das ist Jahrstein. Das bringt uns auch nichts. Ey, Joll. Ich hab' mir gedacht, es geht viel leichter, man. Vor allem Community Tots, Leute. Community Tots. Da hab' ich mir echt gedacht, komm, da ziehst du eigentlich viele von. Irgendwie werden auch kaum Packs gezogen, wenn wir mal auf. Keiner Bock zum Tots. Keiner Bock zum Tots-Pack zu ziehen, außer ich. Und ich werd' dafür noch bestraft. Ey, nein, nein, hätte Eriksen werden können. Ja, bislang drei Walkouts, Leute. Drei Walkouts sind bislang am Start gewesen. Also, naja, ist das in Ordnung, Mann. Wir haben Marlos, halt ein 87er-Man-of-the-Match gehabt. Aber ich will da einen Trotz, Mann. Komm, blau. Ey, ich sag's euch, Leute. Es wird dieses Jahr genauso eskalieren wie letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr... Uh, ist das in Form? Ach, Reus vielleicht. Oh, nein. Obwohl, Belgien, wer ist es? Ach, scheiß die Wand an, ey. Ich kack ihm stehen. War Nacken, ey. Das gibt's doch nicht. Belgien sieht so ein bisschen aus wie Deutschland. Ich dachte schon kurz, dass ich so mit Reus... Ähm, letztes Jahr ist ja komplett eskaliert, das Team-of-the-Season. Wir haben ja letztes Jahr, ungelogen, 100 oder 150 Team-of-the-Season-Karten gezogen. Und das wird auch dieses Jahr wieder so sein, Leute. Ich sag's euch. Wir werden es dieses Jahr nochmal toppen. Und jetzt... Guck mal hier, die Erste. Das kann doch nicht ernst sein. Die EI. Oh, Messi. Huh. Na. Komm, mein Zroh, das gibt es nicht. Die Maria. Warum? Ich dachte schon, jetzt wird's Messi. Oh, komm. Das kann doch nicht mehr wahr sein, Leute. Da denkt man, es wird Messi, ey. Ich kack ihm stehen, ey. Das ist ja unfassbar. Genau dasselbe. Wieder komplett geprankt mit die Maria. Können wir jetzt mal einen Tops kommen? Ich will doch nur diese Blau-Animationen geben. Ey, komm. Geizt mal nicht rum. Wieder nichts Blaues. Dann wird's kein Walkouts. Mal schauen. Frantow, Frankreich. Na, wird nix. Es gibt mir direkt Koscielny, wie immer wahrscheinlich. Och, Mann, ey. Das kann doch ehrlich nicht wahr sein. Wie viele Packs haben wir jetzt schon gezogen? 15 Stück oder so, glaub ich, ne? Minimum. Minimum 15. Bislang noch nix am Start gewesen, ne? Vor allem noch nix Blaues. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht gerade. Muss ich ehrlich sein. Bisschen. Schon wieder nicht mal 82er. Ey, scheiß ab, ey. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Mann. Wieder direkt abstoßen. Wir haben nicht mehr allzu lang Zeit, Mann. 1.300 Packs nur noch. Ey, wenn ich jetzt gleich keinen habe, ne? Dann dreh ich hier echt durch, Mann. Dann dreh ich hier echt durch. Team of the Season. Nummer 1 dieses Jahr. Come on, England. ZOM. Scheiß drauf. Team of the Season, ey. Ja, Digga. Come on. Yes, da. Team of the Season. Rest in Peace. Rest in Peace ans Bett hier. Come on, Junge. Scheiß drauf. Wer ist das? Duck. Scheiß drauf. 87 Tempo. Kann gar nix. Aber egal, Mann. Erster Tots. Ja, Mann. Was ist das für ein Scheiß-Tots? Jetzt mal ehrlich. Ach, komm. So eine Scheiße, Alter. Duck. Was ist das? Komplett, Bro. Ich dachte, es wird jetzt dieser Cessinior. Weil den hab ich eben kurz gesehen. Ihr habt's ja gesehen. Da wurden ja nur diese drei Karten angezeigt, ne? Eigentlich sind ja diese drei mal die besten, ne? Ey, waren das... Warte, wir müssen uns gleich noch was nochmal anschauen. Egal, Mann. Der erste Team of the Season dieses Jahr. Und damit fängt es alles an. Hashtag. Talks in die Kommentare. Denn mit diesen Kollegen wird es... Hat alles angefangen, Leute. Boah, geile Scheiße, Alter. Erster Team of the Season. Animation sieht einfach geil aus. Auch wenn's nix Gutes war. Naja. Egal. Was soll's? Scheiß drauf. Jetzt gibt's nicht genauso Fitpacks, ey. Die hier sind manchmal besser, ne? Ich schwör's euch. Die sind echt manchmal besser hier, ne? Aber zieh mal eins hier vor. Ich sag's nicht. Die sind 25 Kappacks. Letztes Jahr zum Team of the Season komplett eskaliert. Guck mal, jetzt hier direkt. Ach, komm, halt's Maul, ey. Halt's Maul, ey. Das gibt's doch nicht, ey. So ein Scheiße hier, ey. Kack. Die ziehen wir besser nicht mehr. Ach, komm, Mann. Und zunächst ist 50 K-Pack. Ach, kein Blauer leider. Schade. Es ist Frankreich. ZDM Kanté. Ach, nein. Sonsi. Steven Sonsi. Ach, ich glaub es nicht, ey. Das hätte Kanté werden können. Naja, egal. Schade, Kanté wäre fresh gewesen. Leider nein. Leider gar nicht. An der Stelle so gesagt. Aber egal, Mann. Erster Trotz ist am Start, Junge. Komm. Weiter geht's. Nächstes. Blaues Pack. Leider nicht. Ach. Scheiße, ey. Spanien. ZM. Iniesta. Ach, Herrera. What? Herrera? Ich glaub's nicht. Ach, nee. Ey, Herrera war ja komplett broke. Ach, schade. Naja, okay. Wir nehmen Jasch dann mit. 83er plus. Vielleicht gibt's wieder 100%ige Team-of-the-Season-Packs. Wäre natürlich nice. 300 Packs noch. Ist jetzt eh gleich over. Ach, komm, ein blauer noch. Ach, Mann, ey. Die Ausbeutung ist ehrlich nicht so, wie ich's mir erwünscht habe. Jetzt mal ehrlich, ne? Was ist das hier? Spanien. Rechts hat der Cabajal. Ach, komm, ey. Ich fass es nicht. Ich hab ja echt ein bisschen, muss ja gar nicht sein, ein bisschen mehr gerechnet, ne? Aber, naja, okay. Yay. Juckt's mal wieder an der Stelle gar nicht. Wie viele Packs noch? Tren wir noch zwei, drei Stück? Boah, 99. Das könnte das letzte sein. Könnte das letzte Pack gewesen sein. Komm, noch einmal blauer. Einmal blauer. Einmal... Aber in Form, ne? In Form, ne? Marco Reus noch zum Abschluss. Boah, ist ihn. Linker Flügel. What the fuck, alter? Wer war das denn wieder? Ach, den haben wir eben schon gezogen. Kordo oder so. Irgendwie sowas. Ach, kack die Wand, ey. Scheiße, ey. Stoßen wir direkt ab. Kriegen wir noch ein Pack? Ich glaub, das war's jetzt, ne? Bitte eins. Nein, wir kriegen nicht mal mehr eins. Ach, schade. Okay, wir haben noch ein 25k-Pack, Leute. Aber egal. Der erste Team of the Season dieses Jahr. Es war Duck. Naja, ich hoffe mal, das wird noch besser. Das muss noch besser werden, Leute. Morgen Abend, wenn ihr Bock habt, Leute. Eskaliert jetzt mal mit den Likes. Ich würd sagen, wenn wir die 3.333 Likes packen, Leute. Dann gibt es morgen Abend direkt das nächste Team of the Season-Pack. Obviamente werde ich jetzt gleich noch 100k-Liking-Rounds öffnen. Und die nächste Info mir nochmal. Ah, Spanien. In-Partei-Digabend. Ach, was ist das denn? Das ist ja so ein Loban, ne? Ach, scheiße. Egal. Also, Leute. Wenn ihr es sehen wollt, lasst ein Like da, Leute. Hashtag Tots in die Kommentare, wenn ihr es sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder, Leute. Checkt noch gerne meinen Shop aus, falls ihr Bock habt auf die Nice-Hool, die ihr wisst. Es gibt es in Blau, in Rot und auch in vielen weiteren Farben. Also gerne abchecken und wie immer gratis Autogrammkarte zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Und ihr wisst, Autogrammkartenaktionen laufen noch. Fünf Stück sind limitiert. Mit einem Smiley und einer E-Mail-Adresse hinten drauf. Wenn ihr eine dieser fünf Autogrammkarten zufällig bei eurer Bestellung dabei habt, meldet euch bei der E-Mail-Adresse. Und ich schicke euch dann auch ein Paket zu mit drei Sachen aus meinem Shop, die euch ausunutzt. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.